Jetzt bereiten wir eine Fülle vor mit Kalbsbriß. Dazu habe ich hier eine Farce vorbereitet. Die habe ich mit Hühnerfleisch gemacht. Ich gebe das gehackte Kalbsbriß dazu, mische das unter und kann das jetzt dazu verwenden, um Nudeln zu füllen, Fleischtaschen zu machen, Rouladen damit zu füllen, Nudeln damit zu füllen. Cannelloni habe ich gemeint. Also das verschiedenste. Man kann das verfeinern mit Kräutern natürlich, aber so hat man schon eine herrliche Kalbsbrißfülle für Nudeln und alles weitere.